vom spanischen Komponisten Isaac Albines, ein wirklich brillantes Wagen voller Temperaments, Virtuosität und Hingabe. Es ist mit großer Sicherheit inspiriert von traditioneller spanischer Flamenco-Musik, die hier wirklich zur virtuosen Höchstform aufläuft. Ursprünglich für das Klavier geschrieben wurde Asturias erst nach dem Tod von Isaac Ibanez weltberühmt, inspirierend durch meine großen Idole wie Kreisler, Mielstein, Heifetz, habe ich mich vor einigen Jahren daran gewagt und ein Arrangement für die Geige und Ensemble geschrieben. Ich finde persönlich, Flamenco ist nach der Geige fast noch spannender als auf der klassischen Gitarre. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.